Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen zum Tele-Stammtisch, zur Besprechung von Joyride The Trip, einer Komödie, die am 24. August in den deutschen Kinos startet. Und diesen Joyride, diesen Podcast-Joyride, den beschreibe ich nicht alleine. Ich habe heute hoffentlich Verstärkung dabei, die mir hilft, diesen Trip zu überstehen, nämlich zum einen die Lieder. Hallo Lieder! Hallo! Und die Schloggers auch am Start. Grüß dich, Schlogger! Hallo, hallo, hallo! Ja, ihr Lieben, Joyride The Trip ist das Regie-Dubü von Adele Lim, die zuvor vor allem als Drehbuchautorin in Erscheinung getreten ist, unter anderem bei Crazy Rich Asians, der vor allem in den USA mega erfolgreich war. Und sie hat, glaube ich, auch mitgeschrieben bei Raya und der Letzte Drache. Ob ihr Regie-Debüt gelungen ist, darüber werden wir jetzt reden. Bevor wir das aber tun können, müssen wir kurz klären, worum geht es überhaupt in Joyride The Trip. Schlogger, bitte, kläre uns auf. Also in Joyride The Trip geht es um vier asiatisch- und asiatisch-amerikanische Freundinnen, die zusammen einen Trip durch China und dann vielleicht auch noch andere asiatische Länder machen, hauptsächlich um die Herkunft einer der vier Freundinnen zu klären. Okay, vielen Dank. Runtergebrochen kann man sagen, ist Joyride eine von vielen R-rated Comedies. Wir erinnern uns, da gab es Filme wie Hangover oder Brautalarm und jetzt gibt es eben Joyride, der übrigens produziert worden ist von Seth Rogen, der ja auch durchaus eine gewisse Vergangenheit hat, was diese Comedien angeht. Und ich kann sagen, ich habe mir den ersten Schweller angesehen und dachte, ja, okay, das sieht ganz amüsant aus und war deswegen, hatte schon ein bisschen ja nicht Vorfreude, aber ich war gespannt auf den Film. Lida, wie war es bei dir? Warst du wirklich gespannt auf Joyride oder saßt du dann schon eher so, ja, mit rollenden Augen im Kino, weil du dachtest, oh Gott, jetzt kommt wieder einer von diesen unlustigen R-rated Comedies? Nein, im Gegenteil, ich war durchaus neugierig, insbesondere eben während wegen der vielversprechenden Zusammensetzung hier von Cast, Regisseuren und Drehbuchautoren und natürlich, weil der Film uns mal ein bisschen asiatisch-amerikanische Representation gibt. Das ist eben eine, ja, demografische Gruppe, von der wir sehr wenig stehen und nach dem Sieg bei den Oscars, den zum Beispiel wie Everything, Everywhere, All at Once feiern konnte, ist es schön, hier mehr von Filmschaffenden aus dieser sonst immer auf Nebenrollen verschobenen Gruppe zu sehen, weil da eben einfach auch viel Talent drach liegt, das hier zum Besten gegeben werden konnte. Schlucker, ich weiß, du guckst keinen Trailer, aber hast du vielleicht doch im Vorfeld irgendwas von Joyride mitbekommen? Und wenn ja, wie war für dich da die Außenwirkung? Hat es gereicht, dass du in der Presseverfolgung saßt und dachtest, juhu? Oder war es mehr so ein, ich sitze hier eigentlich nur für Lieder und Du? Ich sitze überall natürlich nur für euch. Aber ich war tatsächlich sogar im Kino, stimmt, bei Barbie lief der Trailer für Joyride und ich habe aktiv mir die Ohren zugehalten und weggeguckt, weil ich eben nichts vorher wissen wollte. Weil ich finde, vor allem bei so Komödien werden die besten Gags einfach schon weggenommen und habe den Trailer aber danach dann geguckt und habe dann gedacht, ja okay, also der Trailer beschreibt den Film eigentlich ganz gut. Also wem der Trailer gefällt, dem will der Film auch gefallen. Und ja, das war meine Meinung dann danach zu dem Trailer. Okay. Ja, mir hat der Trailer auch Spaß gemacht und ich weiß gar nicht, wie ihr den Film fandet. Also normalerweise klärt man sowas manchmal im Vorgespräch oder liest irgendwie Kritiken. Ich weiß wirklich nicht, wie ihr den Film fandet, aber ich gehe mal in die Bresche und ich muss sagen, ich fand den irgendwie enttäuschend. Ich hatte mir mehr erhofft und das aus einem ganz einfachen Grund. Ich glaube, dass der Film wirklich viel Gutes hat, aber in seiner Kernkompetenz, nämlich mich zum Nachdenken zu bringen, muss ich leider sagen, hat er mich nicht erreicht. Schlogger, wie war es bei dir? Hat er dich nicht erreicht, weil dir der Humor nicht gepasst hat oder weil es zu wenig Humor war? Ich glaube einfach, weil es dann doch nicht meine Art von Humor ist. Ich habe nichts gegen R-Rated oder diesen kompsönen Humor. Also es gibt dann schon Filme, die in eine ähnliche Richtung gehen, die ich dann auch sehr spaßig finde. Ich fand zum Beispiel, war es letztes oder vorletztes Jahr, diesen deutschen JGA fand ich sehr, sehr amüsant. Aber es ist bei mir, gerade bei diesen R-Rated-Comedys, natürlich auch viel, die sind natürlich auch versettenreich. Aber zum Beispiel Hangover ist nicht meins, ein Brautalarm ist auch nicht meins, hingegen ein Longshot fand ich sehr amüsant. Aber jetzt zu Joyride kann ich sagen, ich saß da die meiste Zeit im Kino. Und ich will nicht sagen, dass es jetzt eine Qual war. So schlimm war es nicht, aber es war für mich tatsächlich nicht das erwünschte Lachfest. Und jetzt, liebe Schlogger, darfst du meine Frage auf dich bringen. Ich bin hier der Moderator und nicht du. Entschuldigung, ich habe nur noch mehr Fragen, weil ich ja vorhin die These in den Raum geschmissen habe, dass wenn man den Trailer sieht, eigentlich gut weiß, was auf einen zukommt. Und ich finde eben... Ja gut, aber der Trailer geht zwei Minuten. Ja, aber er setzt die Humorgrenze sozusagen. Er zeigt, wie der Humor des Films ist. Und ja, also hätte ich den Trailer davor gesehen, hätte ich meine Enttäuschung runtergeschraubt, meine Enttäuschung, sage ich schon, meine Erwartung runtergeschraubt. Denn ich fand die Kernessenz des Films eigentlich ganz gut. Und der schwankt ja auch so, hat immer sehr ernste Szenen und sehr klamaukige Szenen. Und der Klamauk, also dieser R-Rated-Humor, der war mir zu drüber. Den fand ich einfach viel zu überzogen. Man sieht es schon im Trailer mit den Drogen alles. Und dann gibt es auch so Sex-Szenen, die einfach wirklich sehr albern sind. Das war mir persönlich, war nicht meins. Okay. Lida, ich weiß ja, dass du jemand bist, der ausführlich und sehr gerne im Kino lacht. Wie oft hast du bei Joyride, nee, Joyride, der Trip gelacht? Ja, voll und ganze neunmal. Und das nicht mal in China. Also der Humor hat mich absolut auch nicht erheißt. Und es ist auch nicht mein Humor. Da ist da ein paar Szenen am Anfang, wo ich fast ein bisschen geschwunstig hätte und das Gefühl hatte, daran hätte es noch so viel mehr gegeben. Etwa wenn die asiatischen Nachbarn, der Hauptfigur, der Film beginnt mit einem kleinen Prolog. Wir sehen die Hauptfigur und ihre beste Freundin Lolo als Kinder, wie sie sich kennenlernen. Und zwar auf der Basis, dass die Hauptfigur, das sollte man gleich auch dazu sagen, um den Plot ein bisschen besser zu verstehen, ist adoptiert von einem weißen Paar. Und dieses weiße Paar sucht eben gezielt ein asiatisches Kind aus, ein anderes chinesisches kleines Mädchen, fragen, ob deren Tochter mit ihrer Tochter spielen darf. Wovon die Eltern natürlich, als sie dann gefragt werden auf dem Spielplatz, ob sie Chinesen sind, dann erstmal leicht irritiert sind. Aber der Grund dann eben doch ist, dass die Eltern ihrem Kind auch ein bisschen Repräsentation geben wollen, mit Identifikationsfiguren. Und etwas von dem kulturellen Hintergrund, den sie eben als Adoptiveltern, als weiße Amerikaner nicht so bieten können, damit das Kind vielleicht nicht ganz vollkommen losgelöst ist von seiner eigenen Kultur. Und sowohl die Vorurteile, die da ansatzweise auf die Schippe genommen wurden, als manche Szenen, die dann auf bestimmte asiatische Eigenheiten anspielten, das gefiel mir ganz gut. Und davon hätte ich mir so viel mehr gewünscht. Und stattdessen eben gab es nur wohl jede Gags, die halt auch einfach nicht so originell waren. Also sorry, wenn sich jemand für eine Packung von Kokain in den Arsch schiebt, da kann ich einfach nicht laut drüber lachen. Ja, das ist gute Zeug. Viel zu wertvoll. Ja, geht mir aber genauso. Ich fand auch tatsächlich, dass der Film für mich zumindest das in Anführungszeichen Problem hatte, dass ich bei diesen vier Damen, die da diesen Trip machen, die Chemie für mich richtig gepasst hat. Also gerade diese von der Komikerin Sabrina Wu gespielte Dead Eye war für mich einfach meist nur halt eben so eine Art Comic Relief Charakter. Und ich glaube, es hätte mir vielleicht sogar besser gefallen, wenn vielleicht die Audrey, gespielt von Ashley Park, vielleicht auch einfach nur alleine nach Asien geflogen wäre, um dort diese Geschäftsreise zu unternehmen und halt eben auch, um ihre wahre Mutter zu finden. Wie hat für euch diese Kombination aus diesen vier Damen funktioniert? Lida. Ich stimme dir zu, dass die Chemie nicht immer ganz funktioniert hat. Auch die beste Freundschaft zwischen den beiden Hauptfiguren wirkte manchmal einfach mehr wie eine gute Kameradschaft. Und dann hat sie gefragt, was verbindet die denn jetzt eigentlich? Die Figur der Dead Eye, das war wirklich mein Favorite Character im ganzen Film, hat mir sehr gefallen, hätte ich mir mehr von gewünscht. Aber so richtig hat es da einfach nicht gefunkt zwischen den vielen. Und das war schade, weil ich auch denke, dass jede für sich durchaus Präsenz hat. Aber es ist eben so ähnlich wie bei Zutaten, wenn man was kocht, dass jedes Einzelne gut schmeckt, heißt nicht, dass es da eine gute Kombination abgibt. Und ab und zu war der Film dann oft zu sehr im Leerlauf. Da hatte man wirklich das Gefühl, hier werden einfach standardmäßig die üblichen Schritte eines Comedy Road Movies abgehandelt, ohne dass es besonders originell gemacht wird. Und selbst der Überraschungseffekt, den es dann ab einer bestimmten, ja, den es zu einem Stippepunkt gibt, der dem Ganzen eine Wendung geben soll, ist durchaus vorhersehbar und nicht wirklich überraschend. Fandest du? Interessant, okay. Okay, ja, das fand ich. Und zwar zum einen, weil man es sieht und zum anderen aufgrund des Hintergrunds der Darstellerin. Okay, ich hätte es nicht gesehen und das passt ja auch zum ganzen Thema. Die Leute, die den Film dann gesehen haben, wissen, über was wir sprechen und ich fand das ganz interessant, weil das eben zu diesem ganzen Hintergrund gepasst hat mit den, ja, ich weiß nicht, also es hat einfach zum Thema gepasst. So viel, ich möchte ja nicht spoilern jetzt hier. Ich fand diesen, nennen wir es mal Twist jetzt, ja, hat mich tatsächlich nicht, sondern nicht tangiert, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht gebraucht. Fand ich es schlimm, dass er existiert, auch nicht. Er war mir tatsächlich egal und das trifft tatsächlich auf das meiste bei diesem Film zu. Er ist mir halt letztlich vollkommen egal, was wiederum viel wert ist, denn ich habe auch Filme gesehen, die ein ähnliches Humorrezept haben und die fand ich einfach nervtötend, aber ich glaube halt, dass ich irgendwie dann doch die Darsteller einzeln für sich dann doch, sag ich mal, sympathisch genug fand oder halt talentiert genug, dass ich mir das, ja, gefallen gelassen habe, aber es gab schon andere Filme, da wäre ich, glaube ich, tatsächlich vorzeitig aus dem Kino gegangen. Bei Joyride jetzt nicht. Also ich fand das ganz interessant, die verschiedenen Figuren zu sehen. Das waren ja auch unterschiedliche Aspekte der Kultur teilweise, weil eben manche in China dann aufgewachsen sind. Wir haben so ein bisschen Geschwisterdynamik, also ganz leicht natürlich. Dann abgesehen von der Kultur haben wir eben auch diese ganze Problematik ist Eifersucht zwischen Unterfreundinnen, gab es ja ein bisschen was und das fand ich dann schon okay. Also ich fand es nett, dass wir vier verschiedene Figuren hatten. Mich hat dieses, aber dieses übertrieben Sexualisierte hat mich gestört. Da wusste ich jetzt nicht, ist das was, was die R-Rated-Komödien brauchen oder ist das vielleicht auch was, was ein vermeintlich eher zurückhaltender Gruppe dann überspitzt darstellen möchte, um hier einen Kontrast darzustellen. Das wusste ich dann nicht so ganz, aber war mir auf jeden Fall zu viel. Dieses übertrieben Sexualisierte oder Sexuelle fand ich irgendwann auch irgendwie langweilig tatsächlich. Es war jetzt nichts, was mich jetzt in Anführungszeichen schockiert hätte oder piekiert hätte. Irgendwann dachte ich, okay, jetzt kommt der nächste und da ist der nächste Witz über irgendwelche Geschlechtsteile. Das war mir irgendwann zu viel und ich fand den Film halt vom Humor her auch irgendwann ziemlich einseitig. Also ich möchte jetzt, weil ich es wahrscheinlich komplett falsch aussprechen, weil die beiden Drehbuchautoren nicht namentlich erwähnen, aber die beiden haben halt wirklich jahrelang für Family Guy geschrieben und wer Family Guy kennt, der wird sich auch ungefähr dann vorstellen können, welche Art von Humor E2 Joyride ein erwartet. Es ist wie gesagt nicht mein Humor und mir fällt es sogar schwer, rückblickend irgendeine Szene zu benennen, wo ich sage, ja, die fand ich wirklich lustig. Es gab vielleicht ein, zwei Momente, wo ich auch mal geschmunzelt habe, aber auf Gänze dieses Films, der immerhin relativ kurz ist mit 92 Minuten, fand ich, war für mich die Humorausbeute sehr, sehr, sehr gering. Und das fand ich dann für eine Komödie dann doch eher schwach. Ähm, ich muss auch sagen, dass sich diese ganze Thematik von der adoptierten Asiatin, die dann in ihre Heimat fliegt, äh, um ihre Mutter zu finden, irgendwie, ja, ganz okay fand. Es hat mich ein bisschen an diese Komödie erinnert, Flirting with Disaster, ich glaube von David Russell ist die, mit Ben Stiller. Ähm, aber jetzt bei Joyride, der geht dann schon einen anderen Weg und ist dann letztlich, so hatte ich das Gefühl, auch mehr daran interessiert, halt seinen Humor an den Mann oder die Frau zu bekommen, als wirklich eine emotional kompetente Geschichte. Also mich hat das zum Beispiel irgendwann komplett kalt gelassen, wie diese Reise weitergeht. Lida, hat dich der Ausgang der Reise noch in irgendeiner Form interessiert? Nein. Das ist eben auch, weil der Plot einfach dann doch zu konventionell ist. Und das ist schade, weil man eben sich wünscht oder weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass gerade unterrepräsentierte Gruppen andere Geschichten zu erzählen haben. Und dass aber genau das, was diese Perspektive originell und anders gemacht hat, immer wieder in dieses Mainstream-Korsett gequetscht wurde, ich kann nicht die Frage beantworten, ob das mit Produktionsanforderungen zu tun hat, ob das aufgedrückte Konventionen sind, ob das eine Form der Selbstzensur ist oder eben auch einfach nur eine Schwäche der Autorin oder Regisseurin selbst, was ja auch durchaus möglich ist, dass man einfach das wiederholt, was man schon kennt. Aber das war für mich jetzt wirklich enttäuschend und manchmal hatte man wirklich das Gefühl, dass man jetzt einfach nur sagen kann, okay und jetzt kommt der Moment, wo sich alle besaufen, jetzt kommt der Moment, wo alle ein Stück der Reise zu Fuß gehen müssen. Das ist einfach wirklich, das kennt man aus x Filmen und das dann auch. Und irgendwann interessiert es einen auch nicht mehr, weil man sich denken kann, wo das Ganze hinführt. Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich mich gefragt habe, oh, wie wird das enden? Wo soll es hinführen? Ich überlege gerade, ich kam nämlich aus dem Kino raus mit anderen, etwas älteren Zuschauern und wir haben uns dann unterhalten und eine Dame meinte dann eben, ja, also mich hat ja dieses Ganze, das Cosplay, das war ja gar nichts für mich, dieses Cosplay, das ist so eine Welt, das verstehe ich gar nicht, das Cosplay. Und ich so, hä? Cosplay? Kam doch gar nicht vor. Ja, Cosplay, das ist doch das, was die da getanzt haben. Ich so, nee, das war K-Pop. Sie so, ah ja, ist ja alles das Gleiche. Und dann habe ich erst mal den Unterschied erklärt. Also Cosplay ist ja Kostümplay, also dass man sich verkleidet als irgendeine Figur und K-Pop ist einfach die Musikrichtung Pop, die aus Korea kommt, die ja auch gerade weltweit schon länger eine krasse Zuhörerschaft gewinnt. Und daran habe ich dann schon ein bisschen gesehen, dass selbst diese bekannte Formel, wenn man damit eine Geschichte erzählt, um sich vermeintlich vielleicht leichter einem Zielpublikum zu nähern, auch das funktioniert nicht. Vielleicht mag es an der Altersgruppe liegen, aber da waren schon gewisse Sperren noch da, die auch dadurch nicht aufgeräumt werden konnten. Das ist mir nur gerade als Anekdote eingefallen, weil ich dann drüber nachgedacht habe, ob dieser Film erst mal generell nichts für diese Altersgruppe ist oder keine Ahnung, warum sie sich den dann angeguckt hat oder ob man das irgendwie anders hätte erzählen können. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe hier auf meinem imaginären Zettel auch nichts weiter an Stichpunkten. Das heißt, wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr zu Joyride-Trip loswerden wollt, außer euer Fazit, dann überlasse ich euch jetzt gerne die Bühne. Ja, nö, können wir das dann gerne machen. Wir haben ja auch schon alles eingestreuert, so ein bisschen Lieder. Möchtest du gerne zuerst? Ich kann zuerst hier die Fahrt eröffnen. Also Joyride durchaus kurzweilig anzusehen, liefert aber nichts Neues. Wer gern ein etwas vulgäre, etwas rüpelige Komödie mit Damenbesetzung und auch aus Frauenhand sehen möchte, der wird hier sich über den Film nicht großartig ärgern, aber da wird auch nichts rausgerissen. Trotzdem bin ich neugierig, was die Darstellerinnen und die Regisseurin als nächstes liefern. Ich denke, hier ist Potenzial vorhanden, dass dieses Mal sich einfach nur nicht entfalten durfte oder konnte, aus welchen Gründen auch immer. Ja, gut, dann schiebe ich mal in die Mitte unserer Fazit runter und sage, hey, auch Frauen können ja, nicht sondern nicht überzeugende R-rated Comedies machen. Ist doch toll und wieder ein Beweis, Männer und Frauen sind eigentlich doch ziemlich gleich. Für diese Erkenntnis bin ich Joyride dankbar, alles andere finde ich macht der Film nicht so toll und habe ich die Sichtungen bereut? Nein, aber ich bereue selten Sichtungen, weil ich jetzt auch sehr alt mittlerweile bin und immer jeden Tag genieße, in dem ich irgendwas gucken kann, aber ich würde euch nicht empfehlen Joyride im Kino zu gucken. Wenn doch, dann wünsche ich euch trotzdem viel Spaß und Schlogger, du bist dran. Ja, also mein Fazit ist auch, also er hat eben diese sehr extremen humoristischen und übertriebenen sexualisierten, das war einfach klamaukig billiger Humor, wem das gefällt, weil er den Humor, den Trailer sich anguckt und da sieht, da, das finde ich lustig, denke ich, dass er mit dem Film auch unterhalten sein wird. Es gibt aber auch durchaus ruhigere Passagen, die fand ich dann spannender, aber all in all ist es kein Film, den ich mir noch mal angucken muss und ich denke, dass man den auch sich zu Hause auf dem Sofa anschauen kann und nicht im Kino sehen muss. Ja, so irgendein Mittelfeld, irgendeine Mittelfeldbewertung würde ich dem geben. Alles klar, gut. Dann sind wir hier mit euch. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Joyride ab 24. Nervus in den deutschen Kinos und denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage auf Wiedersehen, dann sagt die Lieder Tschüss und die Schlogger, der gebührt das letzte Wort oder die letzten Worte. Tschüss. Ciao. Ich sage auch einfach mal Tschüss und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.